Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, meldet euch bei rein Starkmantel schon wieder, anzunehmen bei Leutnant Dumont in den Grizzly Hügel an dieser Position. Vor Quest war Abstieg in die Dunkelheit, das war eine Drop Quest. Ich nehme die Quest auf, während des Wedges 9.2.5. Ich bin aber davon überzeugt, das Video hilft euch auch in Virtual Car Classic. Ich nehme jetzt den Flugpunkt zur Westfalsbrigade. Solltet ihr den nicht haben, dann müsst ihr hier einfach die Wege nachlaufen. Da kommt ihr ganz sicher hin. Also ich wüsste nichts, was auf dem Weg ist, das euch gefährlich werden könnte. Der Flug dauert jetzt ein bisschen, deshalb werde ich kurz die Aufzeichnung unterbrechen und sobald ich im Landeanflug bin, melde ich mich wieder bei euch nicht weglaufen. Da bin ich auch schon im Landeanflug. So und wo müssen wir hin? Hier hin direkt. Schaut mal. Die Quest ist abzugeben bei Hauptmann für ein Starkmantel in den Grizzly Hügel, an dieser Position. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen, einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonniertknopf ein. Außerdem findet ihr in den Kommentaren den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!